In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man für diesen Oszillator hier, für den RSI, einen Expert Advisor programmieren kann, der in der Lage ist, nicht nur Signale zu generieren, sondern auch automatisch zu handeln. Der RSI ist auch bekannt als Relative Strength Index, es handelt sich um einen Oszillator. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie man sowas in MQL5 programmiert. Um das zu tun, klicken Sie im Meta-Trader bitte auf dieses Symbol hier oben oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler, RSI-EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann hier alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden und auch die zwei Kommentarzeilen kommen weg. Wir starten mit einem Include-Befehl. Der wird uns die Datei Trade.mqh importieren, die zu MQL5 dazugehört und Handelsfunktionen bereitstellt. Damit können wir uns von der Klasse C-Trade eine Instanz mit dem Namen Trade erstellen. Die werden wir später nutzen, um damit auch Positionen zu eröffnen. Dazu berechnen wir erst einmal den Ask-Preis und den Bit-Preis. Das geht mit der Funktion Symbol-Info-Double für das aktuelle Währungsbau auf dem Chart und die auf dem Chart abgebildete Zeiteinheit. Wir nutzen Symbol-Ask, alles in Großbuchstaben, um den Ask-Preis zu ermitteln. Mit Normalized Double und Underscore Digits ermitteln wir die Anzahl der Ziffern nach dem Dezimalpunkt. Das ist bei manchen Währungspaaren dreistellig und bei anderen fünfstellig. Für den Bit-Preis sieht die Zeile nahezu identisch aus. Diesmal verwenden wir Symbol-Bit, alles in Großbuchstaben bitte. Danach erstellen wir eine Variable für das Signal. Die bekommt auch den Namensignal, aber zunächst noch keinen zugewiesenen Wert, denn den möchten wir gleich noch berechnen. Dazu erstellen wir uns ein Array für die Preisdaten. Ich vergebe hier mal den Namen MyRSIArray. Mit ArraySetAsSeries sortieren wir das Preisarray von der aktuellen Kerze an absteigend. Und jetzt nutzen wir die eingebaute Funktion IRSI, um für das aktuelle Währungspaar und die aktuell auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit den RSI-Wert zu berechnen. Hier steht eine 14, schauen wir mal was das zu bedeuten hat. Wenn Sie auf einem beliebigen Chart auf Einfügen, Indikatoren, Oszillatoren, Relative Strength Index klicken, dann sehen Sie hier, dass für die Periode 14 eingetragen ist. Das ist der Standardwert und der RSI wird auf 14 Kerzen anhand der Schlusskurse berechnet. Bestätigen wir das mal mit OK. Dann haben wir hier auch den Oszillator im Chart. Und damit wir das gleich auch im Strategietester sehen, klicken wir mit der rechten Maustaste, wählen Vorlagen, Vorlage speichern. Und speichern die Schablone als Tester.tpl. Denn das ist die Schablone, die im Strategietest verwendet wird. Die aktuelle Tester.tpl wird überschrieben. Jetzt ist auch klar, wofür die letzten beiden Parameter stehen, nämlich für 14 Kerzen und den Schlusskurs. Danach nutzen wir CopyBuffer, um unser RSI-Array anhand der RSI-Definition, die wir hier oben getroffen haben, mit Daten zu füllen. Und zwar für Buffer 0. Das ist diese blaue Signallinie hier. Angefangen von Kerze 0, kopieren wir uns für drei Kerzen die Preisdaten und speichern sie in unserem RSI-Array. Das ermöglicht uns jetzt, einen RSI-Wert zu berechnen, indem wir uns den Wert aus Kerze 0 aus dem RSI-Array holen. Mit Normalized Double und diesem Komma-Zwei-Wert hier sorgen wir dafür, dass der Wert auf zwei Nachkommastellen gekürzt wird, so wie hier im Indikator auch angegeben. Und wenn der RSI-Wert größer ist als 70, das bedeutet, die Signallinie würde oberhalb dieser gestrichelten Linie sein, dann ist das für uns ein Verkaufssignal. Also weisen wir den Begriff Cell unserer Signalvariable zu. Im anderen Fall, wenn der RSI-Wert kleiner ist als 30, dann bedeutet das, dass die blaue Linie unterhalb der unteren gestrichelten Linie ist. In dem Fall möchten wir kaufen, also weisen wir den Wert bei unserer Signalvariable zu, denn wir erwarten, dass der Preis wieder hoch geht. Und wenn unser Signal auf Cell steht und die Funktion PositionsTotal kleiner ist als 1, dann haben wir keine geöffneten Positionen, ein Verkaufensignal und in dem Fall nutzen wir Trade.Cell, um 10 Microlot zu verkaufen. Andernfalls, wenn das Signal auf Kaufen steht und wir ebenfalls keine geöffnete Position haben, dann nutzen wir Trade.Buy, um 10 Microlot zu kaufen. Zum Schluss erstellen wir mit der Command-Funktion noch eine Ausgabe auf dem Chart. Dort wird der Text stehen, das aktuelle Signal ist, gefolgt von dem von uns ermittelten Signal. Das war's soweit. Wenn Sie alles haben, können Sie hier oben auf Kompilieren klicken oder die F7-Taste drücken. In diesem Fall ging das ohne Fehler und Warnungen ab. Wenn Sie Fehler haben oder nicht wissen, was der Code hier macht, dann möchten Sie sich vielleicht vorher die anderen Grundlagen-Videos aus dieser Videoserie ansehen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Andernfalls können Sie jetzt hier oben auf dieses Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den Metatrader zurückzukehren. Bitte denken Sie daran, diese Schablone hier als Tester.tpl zu speichern. Sonst sehen Sie nach dem letzten Metatrader-Update eventuell hier den RSI-Indikator im Backtest nicht. Und danach klicken Sie auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Hier wählen wir jetzt die neue Datei simpler.rsiea.ex5 aus, markieren die Option für die Visualisierung und starten unseren Test. Und so sieht das Ganze dann im laufenden Betrieb aus. Unser RSI produziert hier Signale. Jetzt haben wir die erste Kaufposition. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für den RSI-Oscillator einen Expert Advisor für den Metatrader 5 programmieren können, der nicht nur Signale ermitteln, sondern auch automatisch handeln kann. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5. und Sie haben das selbst programmiert mit dem RSI-Oscillator.